Was ist für Future Readiness? Dabei geht es darum, sich selbst und auch seinen eigenen Bereich für die Zukunft aufzustellen. Das heißt, Methoden wie Open Innovation zu nutzen, zu kennen, zu bewerten, wie kann ich und wo kann ich gut mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Und es geht auch darum, sich Geschäftsmodelle anzugucken, sie zu verstehen und vielleicht auch selber zu entwickeln. Und zwar so lean wie möglich, das heißt so schlank und so einfach wie möglich und ganz, ganz nah am Markt. Und da gehen wir nicht nur methodisch ran, sondern wir laden auch ExpertInnen aus der Wirtschaft ein. Wir gucken auf Finanzierungsinstrumente, damit ihr im eigenen Team gucken könnt, wie könnt ihr, was muss sich bei euch verändern, wie könnt ihr euch für die Zukunft aufstellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.